Sehr recht, wir reden von hunderten Millionen Euro. Doch, das haben wir noch nicht gelangt. Deine Partner, die ungelangt hat, kam ich vor, Frau Feinberg. Ich hatte nicht gewissen zu wissen. Sie hat mir jeden Tag geschüttelt, über alle Jahre. Aber ich treffe auch ihren eigenen Sohn. Denke, cry, eine neue Freunde, morgen, 20.15 Uhr. In sieben Sekunden entscheiden wir, was wir lieben und was nicht. Sieben nationale Sekunden, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, sieben. Kommt auf mein Tor. Handy, Akkus haben irgendwie ein eigenes. Finde ich nicht drauf. Manchmal hält es das letzte Prozent ewig lange. Manchmal schattet sich das Handy gefühlt schon bei zehn Prozent Akku ab. Warum ist das so? Wir haben einen Akku bei fünf Fragen gesteckt. Das Smartphone ist unser alltäglicher Begleiter. Aber ein bestimmtes Teil ist uns ein Wälzer. Der Akku. Wie er wirklich funktioniert, ist für viele ein Wälzer. Deshalb müssen wir als erstes deutsches Kamerateam konkurte Wächter um eine Lithium-Linien-Batterie befreien zu bringen. Wir haben fünf Fragen an einem Handy-Aku. Und wir haben uns gescheitert. Der Geist des Handy-Akus. Aber irgendwie haben wir uns den Anlass vorgestellt. Aber Gott, Frage eins. Wie laden wir dich am besten auf? Also, es ist doch so ein Wälder. Es ist lieber ein Wälder. Ich habe nicht die Formale verheißen. Und wir werden das Wälder nicht ganz schön gezögert. Da hat gerade die Lüfte der Dr. Markus Wörner vom Batterieforschungszentrum gelegt. Er kann uns die Unternehmen batterien erklären und wie das Wagen am besten klappt. Viele Batterien, den Fehler hier, händen die auch am Tag. Und dann, der ess stinkt, das hängt ja auch eine Stunde voll. Und wir zeigen, die oder acht Stunden lang die Preis-Zustand gehalten. Das ist ja natürlich nicht gut. Denn der Akku hat seinen 100% schnell erreicht. Im Vorzustand steht die Batterie dann gutständig unter Höchstspann. Vor Jahren verliert sie Energie und bekommt sie sofort wieder rein. Durch die ganze Nacht wird sie stark aktiv los. Unter die Anlösung. Neuere Händen können das Problem lindern. Sie werden erst auf 100%, wenn wir kurz bevor sind, aufzunehmen. Das muss erst aktiviert werden, aber dann müssen wir uns wenig versorgen.